Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ich musste gerade ein bisschen was nachspielen, weil beim letzten Mal speichern, naja, das halt irgendwie so eine Sache für sich war. Upsala. Hab ich mich gerade erschreckt? Auf jeden Fall muss ich gerade sogar diese Zeitbombe nochmal wegwerfen aus meinem Inventar tatsächlich. Du siehst mich ja nicht, ne? Ne, tust du auch nicht, brav. Juhu, ich bin drin. Quicksave. Wo muss ich überhaupt hin, wenn ich das jetzt noch wüsste? Äh, B2? Ich hab keine Ahnung. Ich hätte in den letzten Part nochmal reinschauen sollen, ich weiß. Aber sonst kann ich auch garantiert nochmal meine Leute anrufen. Hi. Ich vermute ja mal ganz stark, dass ich hier falsch bin. Wisst ihr was, ich ruf mal eben nochmal an. Äh, so. Erst mal wieder in die Steuerung reinkommen. To get to the underground base where Metal Gear is, you'll have to climb the communications tower on the north side of the cave. Wait a minute, Snake. You're in an armory. Why don't you load up on ammo? Also irgendwie gefühlt, auch wenn ich mich noch auf CD 1 befinde, von 2, klingt das ein bisschen so, als ob ich jetzt schon hier so im Endgame quasi wäre. Ich muss jetzt irgendwie zu Metal Gear im Untergrund gelangen und dann an der Nordseite irgendwo hochklettern, diesen, äh, so einen Turm hochklettern. Und Naomi hat mir gesagt, ja, warte mal, aber du befindest dich ja hier noch in so der, äh, naja, Rüstungskammer, sag ich mal, in der Rüstungsgegend. Warum rüstest du denn deine Munition nicht mal auf? Ist an sich keine schlechte Idee auf jeden Fall. Können wir ja mal eben machen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Gab's hier noch was drin, was ich nicht mitnehmen konnte? Ja, tatsächlich, seh da mal. Das musste ich ja am Anfang damals liegen lassen. Und es ist immer noch da. Das ist doch schön. Das ist aber auch wirklich, äh, nett vom Spiel, dass mir das nochmal so gesagt wird, so von wegen, ja, warum rüstest du nicht ein bisschen auf? Ne, das find ich cool vom Spiel gemacht auf jeden Fall. Dass sie mich daran auch quasi erinnern und dazu schon quasi auffordern. C4 nochmal, cool. Kugeln, 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 kann ich aber alle nicht mitnehmen, weil Toastbrot. Da fällt mir aber gerade ein, ich glaube, es gab immer noch eine andersfarbige Wand, die ich zuvor nie gesprengt hatte. Hier natürlich nicht. Hier dachte ich ja damals am Anfang, dass hier was wäre, aber so ist es ja gar nicht. Nein, Snake, bitte sei vernünftig und mach keine Faxen. Dazu möchte ich nochmal, nein. Nein. Ich bin nicht hier. Ach, scheiße. Nein, ist okay. Bin ich den Wachen einfach mal voll in die Arme gelaufen? Ja, warum auch nicht, ne? Kann man ja mal machen, oder so. Tschö. Ich bin schneller als du, 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 ich bin schneller als du. Werde ich sogar direkt schon angerufen hier in Panik, ey. Tschö. Die sind auch alle zauber, wirklich, ne? Wollte ich hier überhaupt durch die Tür? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah ja, jetzt bin ich nämlich genau wieder hier, wo der eine Typie gestorben ist, genau. Wo ich ja damals so verwirrt war, wie komme ich hier raus? Und hier gab es doch noch irgendwas. Hier konnte ich raus und hier, diese Wand ist doch auch anders farbig, ne? Kann mir doch keiner erzählen. Wieso habe ich die vorher nicht gesehen? So, deswegen, C4. C4, C4, C4. Oh, guck mal, das kann ich hier nämlich auch nicht benutzen, tatsächlich. Wegen Funkkontaktstörung oder so. Hier, C4. Was war das mit Vierecksetzen und mit Kreisdetonaten? Sprengen, so. Achtung, Sprengung! Wusstest du es doch, Baby. Da ist auf jeden Fall irgendein Paket. Oh, das ist auch scheiße, dass ich jetzt hier nicht sehen kann, wann die in meine Richtung zielt und wann nicht. Ration, okay. Da ist noch eine Sicherheitsdingens. Immerhin. Hier kann ich ja schließlich jetzt rein. Das hätte ich ja vorher auch nicht... Ah! Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Hat man gar nicht gehört, ich weiß, aber alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaffe ich das noch? Nein, schaffe ich nicht, aber okay, kann ich eh nicht mitnehmen. Ja, okay. Ist okay. Alter. Wie gut, dass ich gerade hier alleine zu Hause bin, dass es niemand gehört hat, meinen Schrei. Oh mein Gott. Dass ich auch nicht weiß, wie weit hier die Sicht von dem Viech ist, ne? Quasi. Lauf. Nice. Okay. Was ist das jetzt? Nein! Kamera! Aua, 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 aua. Aber ich habe irgendeine Kamera und das scheint ja schließlich wichtig zu sein, auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich eine Granate hätte schmeißen müssen, um elektronische Geräte auszuschalten. Hab dich gar nicht gesehen. Was ist das denn für ein Ding? Kamera, Kamera, Kamera. Die brauche ich doch garantiert für irgendwas. Da, Kamera. Restauriert Leben? Aber nee, das ist echt für Rationen irgendwie. Also stellt Leben wieder her, nicht restauriert. Ja, okay, ist egal, aber use by pressing, äh, Kreis while Menü is open. Ähm, aber warum ist das dann eine Kamera? Warum steht da Kamera? Aber es ist für Rationen. Und habe ich dadurch tatsächlich Endlosrationen? Das wäre geil, wenn ich mich damit dauerhaft dann so heilen könnte. Also nehme ich natürlich, ne? Ist geil. Freut mich. Hi. Du siehst mich nicht. Dankeschön. Aber das ist cool, dass ich jetzt hier noch hingegangen bin, auf jeden Fall. Das ist richtig nice. Ich kann noch ein bisschen näher, denke ich mal. Und dann muss ich irgendwie zum Turm draußen auf der Nordseite, wie auch immer ich das machen soll, wie auch immer ich da hinkommen soll. Das weiß ich jetzt nämlich nicht, aber naja. Oh Gott, aber dieser Schreiebene, wie ich mich da erschreckt habe, habe ich mich echt zu Tode erschreckt. Das ging ja gar nicht. Du siehst mich nicht, beziehungsweise ihr seht mich nicht. La 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 la. Deswegen, wie komme ich zum Turm draußen? Muss ich dafür aufs Hauptgelände, wo ich damals hier eingedrungen bin? Oder muss ich dahin, wo ich diesen Bosskampf gegen diesen Panzertypen zum Beispiel hatte? Wo ich schon oft drüber musste, wo auch alles vermint ist. Das weiß ich jetzt halt gerade nicht. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Erstmal hier weg. Abbasement allgemein. Warte mal, hier B1 bin ich doch sogar, glaube ich, richtig. Weil hier war doch noch eine Tür, die ich damals nie öffnen konnte. Und warum sind hier jetzt auf einmal Überwachungskameras? Die waren hier vorher nicht. Aber genau, hier konnte ich noch nie rein. Deswegen geht es hier wahrscheinlich weiter. Hoffe ich und denke ich. Ne, Quatsch. Von hier bin ich damals gekommen. Hier war doch der Folterraum und so. Ach so. Okay, ist ja jetzt doof. Ja gut. Dann war das hier wahrscheinlich falsch. Es sei denn, dort war noch irgendwas. Das kann natürlich sein. Hilfe. Ich meine, hier kam ich ja so an sich nirgends rein eigentlich, ne? Oder? Hier war doch vorher alles abgesperrt. Oder gab es ja auch noch irgendwas mit Level 6? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Fuck you! Nein, 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 nein. Ihr seht mich nicht. Entschuldigung. Aber hier war ja nur das eine mit Level 1. Und dann hier halt das, wo ich ja nicht hin kann nach wie vor, ne? Ne. La, 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 la. Ich muss jetzt gerade irgendwie an diese, ähm... Ja, okay, hatte ich ja immer noch voll, stimmt ja. Ich muss jetzt gerade an One Piece wieder denken. Wie, äh... Wo die da im Himmel quasi sind. Äh... Und da, ähm... Oh, wohl, warte mal. Muss ich da wirklich hin oder muss ich doch da hinten hin? Ich weiß es nicht, weil irgendwie muss ich ja schon zum Untergeschoss. Und hier bin ich ja schließlich im Untergeschoss. Deswegen, irgendwo muss es doch eine Verbindung geben. Ja, auf jeden Fall bei, äh, One Piece wollte ich ja ganz kurz nochmal sagen, da wo sie quasi im Himmel sind, da ist ja... Sind ja diese komischen Armeeleute oder so. Die irgendwie, anstatt normal vorwärts zu laufen, sich immer über den Boden robben. Warum auch immer. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber egal. Ich will mich hier einfach mal umschauen. Ich meine, die Kamera sieht mich dann halt, aber es ist mir scheißegal gerade. Ja, ist egal. Weil... Ich hab ein Beil. Ne, ich weiß gerade echt nicht genau, wo dieser, ähm... Turm sein soll. Und deswegen gucke ich mich hier einfach nochmal ein bisschen um. Ich meine, hier kann ich mich ja auch nicht irgendwie in die Decke ziehen oder sowas. Ich meine, warum auch? War hier noch die Wache irgendwie, die ich nochmal irgendwie verkloppen soll ansonsten oder so? Das weiß ich halt gerade nicht. Da ist nur der tote Darpa-Chief. Ich finde klar, Möglichkeiten, wo ich hin könnte, hab ich, wie gesagt, die hab ich ja aufgezählt. Aber, ähm, ja. Und es wurde sogar sauber gemacht. Der Ketchup liegt gar nicht mehr hier. Siehste mal. Ne, aber dann lade ich nochmal natürlich. Aber es ist gerade trotzdem so ein bisschen seltsam. Wo genau soll ich hin? Weil ich meine, wenn ich da zum Turm gehe, wäre ich ja nicht mehr im Underground auch unbedingt, ne? Also von daher... Ja, ja, guckt weg. Ich meine, sonst kann ich nochmal nach B2, aber sonst kann ich doch nur in den ersten Stock. Obwohl das ja, wie gesagt, wahrscheinlich noch als Erdgeschoss gilt. Aber die haben doch vom Untergeschoss geredet. Und das ist halt so eine Sache, die mich irritiert wiederum. Aber egal, dann schaue ich mich hier nochmal um. Sind hier die Wachen eigentlich noch oder sind die inzwischen weg? Okay, kann ich nicht mitnehmen? Doch, die sind noch da, okay. Wait a second. Ja, da könnte ich natürlich noch raus, ist halt die Sache, ne? Was war das denn gerade? Hier ist ja eine Typ am Schlafen. Und hier sind aber auch nur Kugeln, ja. Aber ne, das... Ich kann hier nicht richtig sein, unmöglich. Jetzt kommt hier eine Wache hier gleich hin. Ja, ne, kann ich dich gerade nicht wagen. Ich bin mir gerade echt unsicher. Um sonst nicht unnötig viel doof hier rumzulaufen, gucke ich tatsächlich mal kurz direkt in die Lösung, um zu wissen, wo ich hin muss, weil ich das gerade ein bisschen doof finde. Ich meine, ich würde es garantiert auch selber herausfinden durch lange Umherlaufen und Suchen irgendwie, ne? Aber, ähm, ich will es einfach jetzt gerade wirklich wissen. Weil sonst, wie gesagt, müsste ich hier nochmal durch die Laserstrahlen durch, was nicht so das Problem wäre. Das kriege ich sowohl mit Zigaretten als ja auch mit, ähm, Dingen, die der Bums dahin, mit meinem Nachtsichtgerät. Aber, wie gesagt, muss ja nicht sein, wenn ich da nicht hin soll, muss, wie auch immer, dann, ja, muss ich da halt nicht hin, ne? Ich weiß gerade... Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich schon ans Mikro gekommen. Ich weiß gerade halt echt nicht genau, wo ich hin muss, aber das ist der einzige Außenbereich, wo ein Turm stehen könnte. Ich weiß sonst nicht, welcher Turm einfach auch gemeint ist. Und das ist gerade so mein Hauptproblem. Deswegen, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und, äh, ja, wir sehen uns hier einfach dann mal im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Eure Wempi. Ciao.